Hey Leute, was geht ab? Hier ist euer Coach Eddie und heute bin ich mal wieder zu Hause und deswegen habe ich mir mal überlegt, okay, pass auf, die Frage kommt sehr oft, Eddie, kannst du nicht mal einen vollen Day of Eating machen? Er sagt, die Leute sind wohl sehr interessiert, was ich über den Tag esse. Ja, okay, ich dachte mir, okay, das ist gar nicht mal so schlecht, weil ich ja sehr viele Nachrichten auch auf, wie sieht dein Ernährungsplan aus, wie ernährst du dich und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich mal die 70%, die 70, 80% gezeigt von dem, was ich esse. Wenn ich zum Beispiel an einer Diät bin oder im Outboard bin, dann kann man das ja einfach kombinieren, je nachdem, was ihr gleich alles an Rezepten oder an Mahlzeiten von meiner Seite aus sehen werdet. Beginnen wir allerdings mit einer Sache und zwar der Kalorienberechnung. Das sollte eigentlich der erste Step sein, wenn man sich überhaupt überlegt, pass auf, ich kann das nicht so ungefähr steuern, ich bin noch nicht in der Lage einschätzen zu können, wie viel oder wie wenig ich esse, dann habe ich hier eine wunderbare Seite, die eigentlich ziemlich leicht zu bedienen ist, ein ganz kleines bisschen Englisch bedarf, aber das sollte passen. Wer das nicht kann, wer das auf diese Seite nicht gehen kann, der kann einfach auf die Seite von Mixed Body Shop gehen und sich da mal die Kalorien berechnen lassen, das ist auch ziemlich gut. Aber hier nochmal der Kalorienberechner, den ich gerne nutze. Enjoy! So, und hier sind wir nun auf meiner Lieblingsseite, wenn es darum geht, meinen Kalorienbedarf auszurechnen. Und zwar gehe ich hier gerne auf die Seite von If It Fits Your Macros und schaue mir da einfach mal ein, zwei Sachen raus, um zu gucken, pass auf, was passt bei mir. Das war eigentlich die allererste Seite, die ich gefunden hatte, was Kalorienberechnung betraf und deswegen habe ich mich direkt mal hiermit beschäftigt und seitdem gebe ich diese Seite auch immer weiter. Ich habe hier schon mal direkt ein paar meine Werte eingegeben, also das heißt ein bisschen Englisch muss man hier schon können. Und dann habe ich das alles ein bisschen umgestellt, dass ich auch hier auf Metric gehe, sodass ich dann halt 1,83 meine Körpergröße, mein Gewicht eingeben kann. Ganz wichtig dann auch einzugeben, dass man halt männlich ist oder je nachdem weiblich, das Alter. Und dann, das kommen wir direkt mal runter, da kommen wir zum interessanten Part, und zwar hier unten. Hier gibt es dann zwei Möglichkeiten, die man auswählen kann, und zwar einmal die A3s-Formula oder halt die Liebes-Formula. Ja, man kann halt, also ich sage mal, man sollte immer vom Normalfall ausgehen. Niemand sollte sich überschätzen. Also selbst ich, ja, ich trainiere wirklich, ich trainiere 3, 4 Mal die Woche. Trotzdem würde ich mich noch nicht unbedingt als Athleten bezeichnen, ja, weil ich diesen Sport ja nicht professionell mache. Das heißt, wenn hier zum Beispiel jemand, der Bastians Schweinsteiger kommen würde und hier was anklicken sollte, dann würde ich vielleicht sagen, Bastian, klickt mal hier A3s-Formula ein. Ja, also das ist der Fall, von dem ich persönlich ausgehe. Ja, natürlich kann man beide Versionen durchgehen, A3s-Formula oder die Liebes-Formula. Ja, das bedeutet, die kann man wunderbar nutzen, wenn man seinen aktuellen Körperfettanteil kennt. Da kann man das wunderbar nutzen. Ich habe jetzt visuell, ja, jetzt nicht mit Kalipper gemessen, aber visuell kann ich von mir selbst sagen, dass ich ungefähr bei 11% liege, ja. Wenn jemand von euch da draußen ist, der sich unsicher ist, der nicht weiß, wo er gerade liegt, dann kann man den entweder messen lassen über den Kalipper oder halt auch das wieder visuell. Man geht bei Google Körperfettanteile ein und dann sieht man schon ungefähr nach Maß, wo man selber auch liegt. So, dann habe ich das Ganze einmal eingeben und auch noch schon auf Calculate gedrückt, also ausrechnen. Dann berechnen ich mir einmal aus, was ich alles brauche und wo ich alles liege. Okay, das heißt, für mich, was ich auf jeden Fall täglich essen muss, ist dieser BMA. Ja, das muss sein, das brauche ich zum Überleben. Okay, das geht nicht anders. Das ist so mein Überlebensplan. Darunter sollte ich auf gar keinen Fall essen. Ja, und daran halte ich mich auch. Und daran klammere ich mich auch und ziehe das auch in der Diät komplett durch, dass ich dann sage, pass auf, ich gehe nicht unter diesem Wert bei dem Gewicht. Natürlich, wenn du später abnimmst und irgendwann, was weiß ich, 6 Kilo oder 5 Kilo runter hast, dann wird der BMA auch sich senken und dann kannst du dementsprechend noch etwas tiefer essen. Aber in meinem Fall ist es jetzt 2.200, unter den ich niemals gehen werde. Und 3.000 Kalorien sind bei mir so die Haltungskalorien. Das heißt, wenn ich 3.000 Kalorien esse, passiert bei mir weder noch was. Also ich rechne 3.646. Weder zunehmen noch abbauen, da passiert einfach gar nichts und alles ist super. Es ist ziemlich schwer, immer 3.000 Kalorien zu treffen. Aber naja, so, dann kann ich dir eingeben, was ich möchte. Wenn ich generell, wenn ich Muskeln aufbauen will, berechne ich so oder so keine Kalorien. Also das ist, dann habe ich schon ein Gefühl dafür. Ich kann, dann habe ich ein maßloses Essen natürlich kontrolliert, dass ich schaue, dass ich dann nicht komplett nur Müll esse, sondern vielleicht 80% clean, vernünftige Sachen. Und dann 20% halt Big Macs, Teesburger und alles, worauf ich gerade lustig bin. Ich weiß von mir selbst auch, dass ich, wenn ich abnehmen möchte, bei 2.500 Kalorien geht es bei mir erst richtig los. Da merke ich das auf jeden Fall, dass radikal was passiert. Und da fange ich auch meistens immer an, dass ich mit 500 Kalorien anfange. 500 Kalorien minus anfange. Und dann gehe ich einfach in 200er Schritten weiter runter, wenn ich merke, da passiert nichts mehr. In meinem Fall ist es vielleicht, alle zwei Wochen gehe ich dann mit 200 Kalorien weiter runter, bis ich dann, wie gesagt, nicht tiefer bin, als der BMA tatsächlich sein sollte. Wenn man dann alles eingegeben hat, dann hat man im dritten Schritt nochmal die Möglichkeit, hier einzugeben, pass auf, was für eine Diät möchte ich überhaupt machen? Möchte ich effektiv Macros machen? Darüber haben wir auch schon, habe ich letztens mit IQ nochmal ein kleines Q&A gemacht, wie wir das finden. Dann kann man hier die Zone-Diet, man kann die Bodybuilder, die 40-40-20. Das ist auch eigentlich ganz geil. Ja, das ist halt so ziemlich low-fat. Da gibt es noch eine low-fat, wo man ein bisschen mehr Kohlendrate hat, ziemlich wenig Fette hat. Wer damit umgehen kann, perfekt. Da gibt es hier nochmal eine Makroverteilung für low-carb. Ja, auch ganz interessant. Und dann nochmal für Ketogenik, das ist das, was ich eigentlich am meisten, am häufigsten anwende, weil ich diese nutze unter der Woche und dann überschwinge und das Wochenende dann einfach Ladetage habe. Also man muss das nicht machen, niemand ist dazu gezwungen, aber man kann einfach ausprobieren. Für mich zum Beispiel ist die low-fat eher ungeeignet. Ich finde es nicht toll, weil ich einfach durch diesen Insulinhaushalt mit den Kohlendraten permanent Heißhunger habe, permanent Hunger empfinde und permanent was essen will. Wogegen bei low-carb oder bei Ketogenik, das ist dann für mich dann durch das Fett, habe ich dann einfach so gesättet, habe ich so die Schnauze voll von Essen, dass ich in den ersten paar Tagen wieder leide, aber danach geht es mir eigentlich super. Und dann passt es auch. So, jetzt habe ich mir zum Beispiel entschieden für Ketogenik. Jetzt mal nur als Beispiel. So, dann drücke ich Calculate. Was passiert dann? Er berechnet mir dann, pass auf, pro Tag darf ich 32 Gramm Kohlenhydrate, Carbs. Proteine 194. Obwohl, ja, das ist ja ganz okay bei meinem Gewicht. Vielleicht schraube ich das manchmal noch runter, ob ich das jetzt 180 sind oder 194 dahingestellt. Fette hingegen sind extrem hoch. Ja, da haben wir 187, pass auf, 190 Gramm und dann auch Ballaststoffe und so weiter. Das heißt, all diese Sachen ergeben, alle Sachen zusammen, würden dann 2500, knapp 2600 Kalorien ergeben. Ja, pro Mahlzeit würden das dann 10 Gramm Kohlenhydrate, 64 Gramm Proteine, Fette 62 Gramm ergeben. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben drei Mahlzeiten am Tag, dann sollte die Mahlzeitverteilung so ungefähr aussehen. Ich kann auch sagen, ich will nur zwei oder eine Mahlzeit essen. Naja, bei mir leidet es in der Diät immer bei zwei bis drei Mahlzeiten und dann passt es eigentlich auch schon so. Also das ist halt so die Art und Weise, wie ich meine Kalorien berechne. Alles klar? Peace. So, ich bin jetzt nun bei Aldi unterwegs und ich stehe gerade vorne in der falschen, in der Riege, habe hier Beine und sowas hinter mir. Aber hier habe ich mal ein paar Sachen abgefilmt, die ich jetzt so angekauft habe. So, so sieht das bislang aus. Ja, ich fange an mit den Äpfeln. Äpfel wunderbar, ja, und sie denken, kommt auf den Zingenspiegel. Reich an Entgiftung, muss an Antioxidantien, entgiftenden Leber. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich nehme mal von Pink Lady den mit. Dann haben wir die Weintrauben, ja, ich liebe Weintrauben. Weintrauben sind ein super natürliches Diuretikum, das heißt, sie entziehen dir Wasser, frischflüssiges Wasser. Dann haben wir hier Avocado, ja, fast 29 Mineralien, Vitalstoffe, Vitamine, alles drin halten in so einer kleinen Avocado. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und Mango, ja, Mango ist auch was Tolles, ist auch was Gutes, ja. Ich kann Angst vor Obst haben. Ich habe die jetzt eigentlich nur mitgenommen, weil ich meine Mami welche haben wollte. Aber ansonsten, es gibt immer wieder Diskussionen über Fruchtzucker, vollkommen unbegründet. Morgens Fruchtzucker zu sich zu führen, ist vollkommen okay. Ich würde es empfehlen, halt auf morgen zu legen. So, dann haben wir hier einmal zarte Haferflocken. Ich würde euch immer empfehlen, euer Müsli selbst zu erstellen, ja. Das heißt, ihr kauft euch Beeren, ihr kauft euch Früchte oder sonst was dazu. Und macht es euch selbst, weil in diesen Vorgefechtigen, diesen mit Schoko und hier und hast du nicht gesehen und toll, ist immer so viel Bomben mäßig Zucker, das ist nicht mehr normal, ja. Und deswegen macht es dann, wenn da drauf steht Fitness Müsli, muss ich mal stark lachen, weil ich mir denke, so ganz ehrlich, was ist an 20 Gramm Zucker noch Fitness, ja. Also, ich glaube, 100 Gramm. Deswegen holt euch lieber zarte Haferflocken, die haben hier, ne, die Wettetabelle einfach ein bisschen beobachten. Hier sind das in diesem Fall 0,7 Gramm Zucker, ja. Dafür aber Kohlenhydrate 58,7. Und diese Kohlenhydrate sind auf jeden Fall nützlich für eure Diät oder eure bewusste Ernährung, ja. Das sind einfach Kohlenhydrate, die euch mit der Zeit einfach die Energie abgeben, ja. Mehr hätte geben. So, dann, was darf noch nicht fehlen in einer Ernährung, einer bewussten Ernährung, Eier, ja. Eier nicht verschmähen, hier. Wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, jeder, der sagt, dass Eier den Kolostenspiegel steigen lassen würden, das ist Bullshit. Die würde ich auf jeden Fall mitnehmen, ja. Und, ja, als tolle Beilage habe ich immer dann Gemüse dabei, ja. Junge Brechbohnen in diesem Fall, Ernte frisch und frisch gefohren. Es gab mal diese Diskussion über Tiefstuhlgemüse, ne. Und dann hieß es, ist das genauso gut oder ist das genauso schlecht? Also, ihr seht, ich esse das massenweise und mir geht es gut dabei. Das ist sogar so, dass das Erntegemüse teilweise noch besser ist als das frische Gemüse, was im Laden steht. Denn das wird teilweise gespritzt, damit es länger hält. Und das Erntegemüse wird wirklich vom Feld geholt, schockgefroren und gut ist. Ja, deswegen Tiefstuhlgemüse nicht verschmäht. So, Süßkartoffeln, eine super Kohlenhydratquelle. Würde ich auf jeden Fall auch immer wieder einbauen, je nachdem, wie es geht. Also, ich kann sie nur empfehlen, schmecken super aus dem Ofen. Einfach nur der Hit. So, dann habe ich hier noch Dorade in diesem Fall. Man kann auch Lachs oder anderenweitigen Fisch benutzen. Ich würde vorschlagen, dass man so ein- bis zweimal Fisch pro Woche zu sich führt. Wer keinen Fisch mag, der muss halt schauen, wo er seine Omega-3-Quellen noch finden kann. Und für morgens habe ich gerade entdeckt Rinder, saftes Schinken. What the fuck? Ja, würde ich mal ausprobieren und gucken, wie es schmeckt. Worum geht es hierbei? Es geht für mich einfach darum, dass wir uns für den Morgen, für das Frühstück, wenn wir gleich Brot, irgendwas essen wollen, dass wir eine Proteinquelle haben, die relativ fettfrei ist, sodass wir halt Kohlenhydrate und Proteine gut kombinieren können, ohne allzu viel Fett dabei zu haben. Das ist nämlich wichtig. Denn sonst wird einfach zu viel Insulin wieder ausgestoßen. Und das führt dann wieder dazu, dass einfach die Nährstoffe viel zu sehr in die Zellen eingelagert werden, was dazu führt, dass dann überschließtige Fette produziert werden kann. Natürlich nicht im Defizit, aber trotzdem wäre es ratsam, Fette und Kohlendrate am Morgen nicht zu kombinieren. Ja, super. Dann haben wir den Klassiker. Ja, Hähnchenbrust auf jeden Fall. Das ist jetzt ein Einkauf hier für mich. Ich kaufe jetzt für jetzt hier keine Woche ein. Ähm, das meiste... Moment, ich nehme mal kurz die Kamera. So, was ist jetzt der Einkauf für eine Woche für mich? Das meiste habe ich natürlich schon zu Hause stehen. Das heißt, ich brauche jetzt nicht extra noch 100 Quellen kaufen. Ich habe zu Hause einen 10-Kilo-Sack Basmati stehen. Habe dort Kartoffeln. Habe zu Hause Zwiebeln, Öl, alles, was ich da zum Würzen brauche. Und hier hole ich mir nur noch so die kleinen Sachen. Das heißt, die Basics stehen schon mal. Naja, ähm, ich finde es immer sehr lustig, wenn Leute sagen, wenn Leute auf die Diät kommen, gerade in eine Diät, wollen die dann auf einmal 10 verschiedene Gerichte haben. Ja, ähm, ich kenne Menschen, die ernähren sich einseitig, und das über Jahrzehnte. Die ernähren sich wirklich täglich von Nudeln, täglich von Kartoffeln, täglich von irgendwelchen Sachen. Und wenn es dann zu der Diät kommt, wollen die auf einmal die heftigste Kreationen haben. Ja, das ist ja nicht schlimm, das macht ja nichts. Aber trotzdem kann man mal ein bisschen sich fokussieren und konzentrieren und sagen, okay, pass auf, ich brauche eigentlich nicht viel. Ja, ich brauche eigentlich nur meine Proteine, meine Kohlenhydrate und meine Eiweiß und ein paar Vitamine. Woran auf die konzentriere ich jetzt mal kurz. Die Pommes sind hier fertig oder was das auch immer ist, keine Ahnung. So langsam sollte all die mich versponsoren, ja, so auf die ich hier ankomme, okay. Das ist was anderes. Okay, ich mache jetzt mal weiter, und dann sehen wir uns gleich zu Hause, wo ich dann vielleicht, ja, doch, wir sehen uns gleich zu Hause, okay? So, hier wären wir mal. Und der Tag beginnt für mich heute etwas früher. Und ich weiß, dass der ein langer Tag wird. Und deswegen habe ich mir über Nacht schon ein bisschen Frühstück fertig gemacht. Bestehen aus hier Bio-Basis-Büschli. Ja, ihr achtet immer darauf, bei den Nährwerten, dass da so wenig wie möglich Zucker ist, dass er eigentlich so gut wie, ja, ich sage es mal, naturbelastend ist. Und davon habe ich mir 200 Gramm genommen. Habe das dann hier in die wunderbare Schale geworfen. Ähm, 200 Milliliter Mandelmilch rübergegossen. Man kann auch normale Milch oder fettarme Milch nutzen. Ähm, habe dann noch einen Esslöffel Leinsamen dazu gepackt. Und ca. 100 Gramm Tiefkühlbeeren genommen. Ja, ähm, macht euch keine Angst über Tiefkühl-Sachen, ja. Tiefkühl-Fertigkost, das sollt ihr euch Sorgen machen. Aber alles, was Gemüse oder sonst was aus der Tiefkühl kommt, ist gar nicht mal so schädlich. Wie gesagt, ähm, es ist teilweise noch gesünder. Denn das, was im Laden frisch steht, das muss da auch wirklich frisch bleiben und wird dementsprechend auch gespritzt. Aber das meiste, was irgendwie so Brokkoli oder sowas, das wird wirklich geerntet, geschnitten, gewaschen und schockgefroren und ist direkt weg. Alles ist enthalten, nichts wurde behandelt und gut ist. Okay? Alles klar. Das alles mixt mit zusammen, mach dann noch 50 Gramm Whey hinzu und dann schaue ich mal je nachdem, wie viel Hunger ich habe. Entweder haue ich gleich die ganze Schale weg oder ich teile mir das auf und esse gleich den Rest morgen oder sowas. So. Meine Supplements am Morgen, ähm, ich habe mir jetzt angeblüht mittlerweile, dass ich täglich Vitamin C zu mir führe, ja. Ähm, Vitamin C, äh, ein höherer Vitamin C Bedarf besteht, dadurch, dass wir diesen Sport machen. Ähm, und ich möchte einfach nicht krank werden. Ich möchte meine Abwehrkräfte schützen und Vitamin C hat dann auch viele tolle andere, ähm, Aufgaben im Körper. Allerdings ist Ascorbinsäure, wie einige sie vielleicht kennen, nichts Vitamin C. Das hat nichts mit Vitamin C zu tun. Vitamin C ist ein Komplex, besteht aus mehreren Bestandteilen, ja. Und deswegen achtet darauf, seid nicht geizig, das geht um eure Gesundheit. Kauft euch nicht einfach nur aus Ascorbinsäure, sondern wirklich ein Vitamin C. Ich habe das jetzt hier aus dem Reformhaus, Vitamin C aus der Acerola Kirsche, und alles ist gut. So, perfekt. Dann habe ich noch Kreatin, ja. Habe ich auch noch da. Man kann auch wunderbar ein Kreatin Monohydrat nützen. Ähm, das geht auch. Und man braucht auch für Kreatin keine Ladephase, wie immer gedacht wurde. Das ist, äh, vollkommener Blödsinn. Ähm, man kann sein ganzes Leben lang unbedenklich drei Gramm täglich zu sich führen. Das mache ich auch. Und irgendwie geht es wunderbar. Ähm, ich verbessere nicht. Ja, Kreatin verbessert nicht. Wenn du natürlich ein Spezialist bist, und, ähm, die was weiß ich, äh, acht Pillen davon reinhaust, dann musst du dich verwundern, dass du irgendwann so einen Wasserkopf bekommst. Ähm, denn das zieht schon Wasser. Das zieht aber Wasser in die Muskulatur. Und wenn natürlich zu viel davon besteht, hast du ein kleines Problem. So. Dann geht es für mich weiter mit, ähm, Argini. Das haue ich mir meistens so kurz vor dem Training noch mal rein. Ich halte mit auf die Arbeit. Und, ähm, ja, also ich bin da so bei 4 bis 5 Gramm Argini-HCL, Hidrochlorid. Und, ähm, ja, warum nehme ich das? Das erweitert die Zellen. Ja, das gibt mir einen wunderbaren Pump. Das brauche ich. Das will ich. Und als tolle Nebenwirkung, ja, also Nebenwirkung, Nebenwirkung, ähm, ist es noch leicht entwässert. Ja, ganz leicht entwässert zieht die Wasser. Natürlich, wenn du einen viel zu hohen KFA, wird dir das auch nicht viel bringen. Aber, ähm, für meinen, für mich oder für Leute, die schon relativ fettfrei sind, ist das, äh, glaube ich, eine tolle Nebenwirkung, ja. Okay, super. Äh, ah, Arginin ist auch interessant für Menschen mit hohem Blutdruck. Ja, denen würde ich auch immer empfehlen, eine ganz leichte Dosis Arginin zu sich zu führen. Vielleicht nur zwei Tabletten davon zu führen. Und mal zu schauen, was passiert. Natürlich auch mit sportlicher Betätigung. Ähm, dann sollte das auf jeden Fall seine Vorteile haben. Ja, das wäre auf jeden Fall das erste Frühstück für mich. Und toller Beerenmix, wenn ich mal die Zeit habe, mache ich das gerne. Oder ich bereite das am Abend vor, tue das in den Kühlschrank und dann kann ich das morgens einfach weglöffeln. Und gut ist. Ähm, ja, das wäre, also das erste Frühstück. Wenn das mal nicht so klappt, dann passiert eigentlich nur Folgendes, dass ich mir den Shake mache, ähm, Omega-3-Pillen dazu reinhau. Und, ähm, oder schnell noch irgendwie Eier koche oder sowas. Und dann geht es eigentlich schon in den Tag hinein. Ja, also das ist, äh, aber wenn der Tag für mich organisiert losgeht, dann ist das meine erste Mahlzeit. So, Leute. Da sind wir nun bei der Mahlzeit Nummer zwei. Und dazu habe ich mir auch gesucht, heute nach dem Training, mir nochmal ganz schnell, ähm, Milchewut anzubraten. Gewürzt mit, äh, etwas Salz. Mit, äh, süße Paprika. Ja, damit das auch eine schöne Farbe hat, das Ganze. Salz schon durchgaren lassen. Habe ich mich wenig Fett angebraten. Das heißt, ich habe zicka, eigentlich nur zu marinieren, das Fleisch ist, äh, zicka, ein Esslöffel, äh, Fett genutzt. Warum mache ich das? Ich ernähre mich auch ein bisschen, äh, ganz gleich low fett. Ja, das heißt, ich versuche, die Fette relativ tief zu halten. Und, ja, so sollte es eigentlich, äh, etwas passen. Brate das gleiche wunderbar durch. Das sieht schon auf jeden Fall sehr, sehr yummy aus. Und, weil ich ja ein Gummibillen, ein Geschmackliebe, ich kann das nicht einfach trocken essen. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen, ohne drauf. Nein, da ist das nicht so schön, nicht perfekt. Ja, das ist wirklich ein bisschen trocken. Und, dann kommt man auch dazu. Brokkoli. Ja, Brokkoli, mega wichtig, mega so ein bisschen, reich an Banner, Knackstoffen. Und den habe ich hier in der Milkenwelle kurz aufgewärmt. Ich gebe den einfach mal dazu. Ja. Genau, lass das alles mal ein bisschen gemeinsam miteinander harmonieren. Und damit die, äh, Zeit haben zu überlegen, wie sie mir was Gutes tun können. Ja. Und, ähm, hier, das Wasser lasse ich noch kurz zerköcheln, wegkochen. Und dann habe ich meine Mahlzeit zusammen. Okay? Super, bis gleich. So. Die Restflüssigkeit ist nun auch verdampft. Dazu mache ich mir jetzt noch ein bisschen, äh, Basmati-Reis. Und dann werde ich gleich mal einen tollen Tag haben, ja? Yeah! Wie versprochen, mein geliebter Reis, ja. Ähm, für alle, die vielleicht nicht wissen, wie man Reis kocht, äh, der Reisspezialist, äh, Halb-Asiate Eddie Fox, wird jetzt mal erklären, oder ganz kurz zeigen, wie er seine Reismanizen kocht. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mag diesen Beutelreis nicht, und ich habe auch keinen Bock, mir den zu holen, und ich finde es auch, ähm, sehr ökonomisch, wenn man sich lieber so einen Riesensack Reis kauft, dann hole ich mir meinen Inder, oder meinen Chinesen, kostet 20 Euro, es sind 10 Kilo drinne, Basmati, und den koche ich mir da, weil ich ziemlich viel Reis esse. So. Das Ganze geht dann so, wir lassen das Wasser aufkochen, hab dann ungefähr, ja, ein ganzes bisschen das Wasser gesalzen, und wir haben immer ungefähr das Doppelte an Wasser, an wie viel Reis wir haben. Zum Beispiel diese Schale jetzt, ne? Die habe ich jetzt zweimal vollgemacht mit Wasser, und da werde ich jetzt die eine Schale Reis hin, mit hinein. So. Und dann sehe ich schon, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Wasser. Rühren wir mal kurz um. Ja. Vielleicht muss ich ein kleines bisschen abschütten. Mal so. Perfekt. Ungefähr so viel, dass ungefähr eine Fingerkuppe hinein kann. Ja. Bei der Fingerkuppe, da merkt ihr, okay, ich berühre den Reis, perfekt. Und dann ist das auch eigentlich schon ganz richtig. So. So. Die Hitze ist noch weit oben, das Wasser kocht, und ich mache das immer noch gerne so, dass ich noch ein bisschen Zwiebeln reinwerfe. Ja. Weil das gibt nochmal einen tollen Eingeschmack an den Reisen, dann ist der Reis nicht so derbe trocken. So. Dann drehen wir die Hitze runter, vielleicht auf die schwächste oder zweischwächste Hitze. Rühren das Ganze einmal um und ballern dann den Deckel oben drauf. Perfekt. So. Das lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe chillen, bis es dann fertig ist und dann können wir es wunderbar genießen mit unserem Kool-Di-Hoo. Alles bleibt perfekt. So, da wären wir bei meiner dritten Mahlzeit für heute. Und das kann ich euch auf jeden Fall vorschlagen, dass man auch vielleicht gegen Abends dann vermehrt auf, wenn man das Kool-Di-Hoo essen möchte, auf Gemüse setzt, in Kombination mit magerem Fleisch. Ich habe hier zum Beispiel Grünkohl und Prinzessbohnen. Das Ganze mit ein bisschen Rindfleisch hier am Start. Ein bisschen. Ist voll im Berg, aber ein bisschen, okay. Und erst das Fleisch angebraten und dann ganz kurz nochmal das Gemüse drin angeschwenkt. Abgelöscht mit Zitronensaft. Und lasst mir das jetzt mal wunderbar schmecken. Bis später. Okay, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen kleinen Rezepten und diesen Ernährungsempfehlungen ein bisschen weiterhelfen. Es ist eigentlich nicht viel. Ehrlich, ohne Spaß. Man sollte anfangen, das Ganze in... Oder man sollte das Ganze irgendwo lieben und irgendwie wertschätzen. Es geht immer darum, deinen eigenen Körper zu respektieren und kennenzulernen. Okay, das heißt, das, was ich jetzt euch vorgezeigt habe, was ich gemacht habe, das kann für viele funktionieren oder für Einzelne, aber für Einzelne da draußen vielleicht aber auch gar nicht. Das heißt, man muss selber irgendwo finden, was passt zu mir, was muss ich rausfinden, wie sollte ich mich ernähren, damit ich meine Ziele möglichst erreiche. Okay. Egal ob man für Aufbau oder Abbau, man kann ja dieselben Rezepte, die ich gerade benutzt habe, einfach nutzen, die Menge erhöhen und einfach dann für seinen Kalorienbedarf einfach irgendwo decken. Ja, dann sollte es doch eigentlich ganz gut stimmen und passen. Okay. Alles klar. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen seid, ballert die in die Kommentare rein. Leute, die Ahnung haben, beantworten die gerne. Das ist kein Problem. Wenn ich die sehe, dann beantworte ich die auch. Aber ich habe ja schon sehr viele andere Videos zum Thema Ernährung, Diäten und so weiter. Und deswegen kann man sich die auch nochmal einschauen. Ich werde noch ein Video machen und da mal genauer eingehen, wie ist so eine Massephase oder ich sage ungefähr Massephase. Aber so einen Aufbau, so einen gut kalkulierten Aufbau, wenn ich durchgehe, das werde ich euch nochmal in aller Ruhe zeigen. Das Video war jetzt ein bisschen länger und wir wollen das Ende auch mal kurz halten. Und daher, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer Coach, die Android. Peace out. Peace out.